Die Welt scheint klein zu sein. Viele kleine Faktoren spielen eine unter Umständen ganz große Rolle. Um 16 Uhr haben die gar nicht so bekannten Joils, die Job Openings, für Bewegung gesorgt an der Börse. Die sind nämlich besser ausgefallen als erwartet. Die Werte könnt ihr hier selber ablesen. Hier in der roten Spalte oder der roten Zeile hier deutlich besser als erwartet und deutlich besser als zuvor. Aber das ist ein gutes Zeichen für die Wirtschaft, denn offensichtlich gibt es immer noch eine ganze Menge, die auf Arbeit wollen. Die Wirtschaft scheint also nach wie vor zu brummen. Das heißt, dass die Notenbank, die FED, möglicherweise gar nicht so einen großen Druck hat, etwas für die Wirtschaft zu tun, sondern nach wie vor etwas tun kann für die Inflation. Das heißt, die Zinsen eher sogar noch mal erhöhen. Könnte man meinen. Das ist ja dann eine relativ gute Nachricht, wäre so der Gedanke dazu. Na gut, wenn man sich dann anschaut, Zinsen hoch. Viele erinnern sich vielleicht an das Video, was ich mit Dr. Jörg Rahn gemacht habe zum Thema Yen. Wenn wir uns mal angucken, um 16 Uhr war die Welt erst noch in Ordnung. Der Kurs ist sogar eher noch nach oben gegangen. Klar, warum ist er erst nach oben gegangen? Na ja, wenn die Notenbank, die amerikanische, die FED, keinen Druck hat, die Zinsen zu senken, vielleicht sogar die Zinsen noch mal erhöhen könnte, weil die Wirtschaft ja einigermaßen gut dasteht, ja dann kann man auch noch mal auf den Carry Trade US-Dollar gegen Yen setzen. Für diejenigen, die das nicht mehr im Plan haben, schaut euch gerne das Video vom Wochenende noch mal an. Da haben wir den Zusammenhang ein bisschen beschrieben. Der Zinsvorsprung, der hilft, um kostenfrei, wirklich kostenfrei, einen risikolosen Zins zu bekommen. Auf Geld, was einem noch nicht mal gehört. Man leiht sich also quasi für umme Geld, kriegt dafür auch noch Zinsen und kann damit was machen. Also, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Die Situation sah gut aus und dementsprechend hat man gesagt, naja, dann kaufen wir das Ding weiter nach oben. 150 hat der Yen, also US-Dollar-Yen, entsprechend überschritten. Einige haben aber in Erinnerung, dass der Finanzminister Suzuki in Japan schon mehrmals jetzt, angeblich jeden Tag der letzten sechs Tage, erwähnt hat, heute zuletzt noch mal, allerdings zu japanischen Zeiten schon vor einer Weile, erwähnt hat, eigentlich, wir müssten mal was tun. Er hatte betont, dass es zwar keine rote Linie gibt, aber die 150er Marke ist für viele dort ein, naja, ein Auslöser gewesen, um zu sagen, hm, mal gucken, ich nehme lieber Gewinne mit. Und das haben offensichtlich relativ viele Marktteilnehmer gleichzeitig getan und der Kurs ist ins Bodenlose gestürzt. Naja, so schlimm war es nicht, aber immerhin von 150, die er überschritten hatte, aktuell, also zwischendurch waren wir mal bei 147 irgendwas, jetzt sind wir bei knapp 149 aktuell. Das ist schon eine sehr heftige Bewegung. Warum interessiert uns das im Index-Update am Nachmittag? Erzählt er was von Daten und von Währung? Das soll nicht sein Ernst. Na gut, der Zusammenhang ist der, wenn dieses Währungspaar nach unten wegbricht, werden einige Marktteilnehmer sagen müssen, jetzt lohnt sich das mit dem Carry Trade nicht mehr. Im Gegenteil, jetzt wird das vielleicht sogar für uns aufgrund der Kursentwicklung mit den Zinsen negativ. Das heißt, wir schließen diese Position wieder. Um diese zu schließen, muss man aber wieder Geld reingeben, also US-Dollar abgeben, um Yen wieder zu bekommen sozusagen. Das heißt, ich muss Dollar-Positionen schließen. Das heißt unter Umständen, welche, die man im Markt hat, das könnten Aktienpositionen sein. Umso mehr ist es verständlich, dass die Situation hier um diese Zeit nochmal einen deutlichen Schub eben nach unten gebracht hat und damit vielleicht so ein bisschen dieses Szenario ins Laufen gebracht hat, was wir am Wochenende nochmal hier skizziert haben, dass unter Umständen dieser Zusammenhang den Markt zum Kippen bringen kann. Wir haben es drastisch erzählt mit dem Crash, aber tatsächlich ist das Potenzial durchaus da, dass sich daraus ableitend eben die Marktteilnehmer genötigt sehen, ihre Positionen zu schließen, um dieses Missverhältnis, was sie eben durch den Zinsunterschied, wenn jetzt dann der Kurs in die falsche Richtung läuft und damit der Zinsertrag die Kursverluste nicht mehr ausgleicht, man dann eben sagt, na, dann lass uns unsere Aktienposition schließen, damit wir wieder Liquidität haben. Vorher war das ja ganz nett, weil der Kurs nach oben gegangen ist. Jetzt brauchen wir Liquidität, um da das Ganze wieder aufzulösen. Dann nehmen wir sie vielleicht vom Aktienmarkt, der schwächelt gerade eh. Also möglicherweise ist das jetzt gerade so der Anfang dieser Geschichte. Jetzt durch den Yen, also der erste Teil, den haben die Marktteilnehmer ja schon hier oben, ich habe es immer wieder erzählt, das muss ich euch nicht nochmal genau erklären mit der Überlappung, mit der Kursüberschneidung, da haben die Marktteilnehmer schon angedeutet, das sieht nicht gut aus, wir haben eigentlich keine Lust und jetzt kommt das Nächste eben und das könnte da sein. Ich will das gar nicht überdramatisieren, es ist nicht gesagt, dass das jetzt der einzige ausschlaggebende Punkt ist, aber es ist ein weiteres Puzzleteil, wo man feststellt, dass Nachrichten in Amerika den japanischen Markt, in dem Fall den Finanzmarkt, den Markt beeinflussen und das wiederum auf den US-amerikanischen Markt durchschlägt und das wiederum auf den Weltaktienmarkt. Also ein sehr interessanter Zusammenhang, über viele Ecken gespielt. Die Charttechnik hat es, wie gesagt, ja angedeutet, dass die Marktteilnehmer empfänglich sind für doofe Nachrichten. Die Charttechnik ist keine Garantie, dass das genauso passiert, aber sie zeigt, dass die Marktteilnehmer, oh, bitte keine schlechte Nachricht, bitte jetzt nicht irgendwie was Doofes. Die Situation ist aber da, das ist hier schon mal entstanden und das könnte sich jetzt tatsächlich weiter beschleunigen. Aktuell, wir sehen es, dieser zarte Versuch, so im Rahmen, naja, aber wenn wir doch ganz happy sind und ganz glücklich sind und uns alle ganz lieb haben, dann dreht der Kurs da an der Stelle und dann ist die Welt gut. Wir haben das sogar versucht, hier so einen kleinen Start zu machen, beim S&P allerdings, das ging in die Hose. Ja, also wir haben hier zum Beispiel versucht, das ist mehr oder weniger bei allen Indizes gleich, in der Hoffnung, vielleicht klappt der Start, wenn es nicht klappt, dann fliegen wir mit so einem Verlust raus, wenn es klappt, haben wir einen Riesengewinn. So ein kleiner Testballon sozusagen hier als Wendefunktion. Hat aber nicht funktioniert und damit haben die Marktteilnehmer gezeigt, ne, lass mal sein, wir haben da keine Lust zu. Es bleibt also nach wie vor eher negativ, das Bild, das muss jetzt nicht ewig so aussehen, ist es durchaus nicht unrealistisch, dass wir auch mal eine Gegenkorrektur hier bekommen, also eine Bewegung, die zumindest mal ein bisschen nach oben geht, aber solange die korrektiv sind, bleibt es bei der Abwärtsseite und es sieht tatsächlich danach aus, all das, was wir hier im Moment sehen, dass die Marktteilnehmer keine Lust haben, keine Ambitionen für die Longseite und deshalb nächster Halt, ist, ich sage mal, ungefähr das Märztief, was wir hatten bei ungefähr 32.000 bis 31.000, wie gesagt, darf ein bisschen höher sein, gerne auch ein bisschen tiefer, also gerne in Anführungsstrichen, aber statistisch gesehen ist es häufig auch ein bisschen tiefer oder sogar deutlich tiefer, aber wir müssen damit tatsächlich rechnen. Aktuell also keine Ambitionen für die bullische Seite, es hatte sich ja hier schon angedeutet, sind wir ehrlich, da haben wir ja gestern auch schon drüber gesprochen, dass das jetzt nicht wirklich ein bullisches Szenario ist, darüber muss man nicht wirklich lamentieren, es sind alles Szenarien, die eher für die Abwärtsseite sprechen und ja, zumindest aktuell da noch nicht richtig den Schwung nach oben erwarten lassen. Trotz alledem, das war der Dow Jones, gucken wir ganz kurz auf den S&P, der S&P hat eine etwas bessere Situation, denn der ist immer noch in dieser Unterstützungszone und immerhin im 4-Stunden-Chart kann man das sehen, die aktuelle Abwärtsbewegung sieht immer noch korrektiv aus, sie ist nun mal abwärts und wir sind noch in der Abwärtsbewegung, aber es sieht korrektiv in Trendrichtung, Trendrichtung war das, es geht immer noch in Trendrichtung, jawohl, aber korrektiv und das lässt hoffen, dass das das Endstück der Abwärtsbewegung ist. Also ein bisschen Hoffnung ist noch da, zumindest beim S&P, im Nachstag gucken wir uns gleich noch an, aber wir haben gesehen, dass der Dow Jones zumindest schon mal angeschlagen ist, denn da sieht das Bild alles andere als gut aus, noch ist also die einzige Hoffnung, sage ich jetzt mal, der Tech-Markt, da machen wir uns nichts vor, Nasdaq, klar, S&P eben sehr Tech-getrieben, dass der vielleicht das Ganze noch mal in die Wende bringt, und zwar in dieser Unterstützungszone. Ich habe es noch nicht gänzlich aufgegeben, aber hier müssten sie dann langsam auch in den Quark kommen. Also wenn hier jetzt nicht langsam was passiert, die nächste und zwar kritische Unterstützungszone ist zwischen Hochfebruar, Dezember hier irgendwo, das will ich nicht überschritten sehen, das will ich nicht sehen. Wenn das passiert, kein sehr gutes Zeichen, und wir sind da wirklich nicht weit von entfernt, passt also auf, also das wird so langsam aber sicher haarig, da sollte man zumindest nicht übereifrig sein. Für diejenigen, die aber trotzdem aktiv sein wollen und vielleicht die Long-Seite nicht ganz aufgeben, wartet bitte zumindest mal, dass sowas passiert und wackele ich runter, dass ihr seht, dass die Marktteilnehmer irgendwie Bock haben. Das ist nicht immer das Heilsversprechen. Es geht zwar dann häufig hoch, aber es hätte theoretisch gerne auch noch ein bisschen höher gehen müssen. Das ist also, in dem Fall ist er verhungert auf halber Strecke, aber wenn ihr hier irgendwo reingekommen seid und der Kurs läuft noch ein bisschen, dann habt ihr zumindest die Chance, den Stopp ein bisschen hinterher zu ziehen. Vielleicht hätte das hier für euch trotzdem ein Minusergebnis gebracht, aber machen wir uns nichts vor, das Minusergebnis ist relativ klein gegenüber der Chance, wenn das der Dreh gewesen wäre, dass das durchaus weit hätte tragen können. Na gut, also wir sind rausgeflogen aus der Geschichte, das stört uns jetzt im Nachhinein sowieso nicht mehr, können wir nichts tun. Es war ein Versuch wert an der Geschichte. Jetzt ist die nächste Abwärtsbewegung und was wir jetzt brauchen für Bullish, ein Zeichen. Wir wollen wirklich was sehen hier. Also nicht nur irgendwie was, sondern da muss schon irgendwie was aussehen, als ob man Bock hat auf der Kaufseite. Im Moment sehe ich das nicht und deshalb die Gefahr. Bitte jetzt nicht auch noch wackelig nach oben, denn das würde eigentlich für Fortsetzungen in die Abwärtsrichtung sprechen. Wie gesagt, im 4-Stunden-Chart sehe ich eine gewisse Chance. Sehr Mutige mögen hier long gehen. Ich finde es nicht doll. Insbesondere nicht, wenn das wackelig hier, na das ist mir jetzt nicht gelungen, aber wenn das wackelig hier hoch geht, schon wieder nicht. Sag mal, wie viele Tasten habe ich dann auf dieser blöden Tastatur? So, alle Tastaturen rausnehmen hier alle Knöpfe. Wenn das so aussieht, dann ist mir das egal, ob das wackelig ist. Dann ist das auch nicht besonders stark. Allerdings, wenn es jetzt hier tatsächlich schub- und wackelig ist, dann wäre das zumindest mal für einen Zwischenlong, für eine vorläufige Long-Kiste noch mal ein Versuch. Also, ich habe noch nicht ganz aufgegeben, was den S&P angeht, auch in Anbetracht der Unterstützungszone, die wir da haben. Aber sehr dünnes Eis. Sehr dünnes Eis. Nicht zum Draufverlassen. Wenn ihr hier auf der Long-Seite starten wollt, macht kleine Testballons, macht kleine Positionen erst mal. Wenn die laufen, kann man viel gewinnen sowieso. Und wenn die nicht laufen, dann sagt ihr, ja, okay, ich habe einen Warnversuch. Ist jetzt auch kein Drama. Der Nasdaq, gucken wir uns den mal an, hier im 4-Stunden-Chart. Da hatte ich hier immer noch meine alte Skizze drin. Und ihr seht, ich habe gesagt, naja, wenn er danach korrektiv runterkommt. Naja, das ist ziemlich genau korrektiv, was wir hier runter sehen. Ich habe es natürlich jetzt nicht genau so zeichnen können, wie es gekommen ist. Also meine Zeichnung sah so aus. Aber ihr seht, wir sind hier im Trendkanal unterwegs. Das sieht korrektiv aus. Hier vorne ist mit winziger Überschneidung noch impulsiv nach oben. Also ihr seht, auch der Nasdaq hat, obwohl er jetzt hier unten hingekommen ist, noch eine Chance, dass der Kurs dreht. Wenn wir mal wohlwollend hier messen, machen wir das Ganze mal. Fibonacci, tiefster Punkt, höchster Punkt. Dann sehen wir, da hatten wir eine Unterstützung. Da ist er durch. Da hatten wir eine Unterstützung. Hat mal gehalten, aber ist schon Geschichte. Brauchen wir auch nicht mehr. Hier ist die nächste Unterstützung. Da waren wir gerade. So, nächste Möglichkeit, irgendwie was abzuschätzen. Man misst eine Extension. Extension misst man Gegenbewegung. In dieser Abwärtsbewegung, also aufwärts. Okay, dann haben wir die 127er hier, die 161er hier. Wenn ich ehrlich bin, die brauche ich nicht mehr, weil ich will keine Rücksetzer unter die 78er. Und mir geht es ja eher um dieses Niveau hier. Okay, auch gut. Und jetzt können wir nochmal so ein bisschen Symmetrien oder sowas hier versuchen zu messen. Zum Beispiel den vorderen Teil hier und den hier hinsetzen. Naja, es klastert leider nicht so richtig schön. Ganz grob würde man sagen, naja, irgendwo hier. Ich mag es lieber, wenn die enger beieinander liegen, gebe ich zu. Aber nicht immer kriegt man das geliefert, was man gerne hätte. Aber das ist so eine grobe Idee. Wir könnten auch nochmal hier messen. Von da nach da und dann hier wieder. Dann haben wir hier die 161er Marke. Also ihr seht, wenn man hier so ein bisschen wild ausprobiert, verschiedene Maßgrößen. Auch diese hier kann man nochmal messen. Von da nach da und dann hier abmessen. Oder da abmessen. Das führt aber in beiden Fällen eher so zu der Unterseite. Die brauchen wir nicht mehr. Also wir haben hier unten zumindest mal eine Chance auf eine Unterstützung. Wie wertvoll man die auch immer erachtet. Aber einige versuchen ja den Strohhalm noch zu finden oder zu ergreifen. Der wäre, jetzt kriege ich das nicht mehr markiert, er will einfach nicht. So, jetzt machen wir das noch so. Irgendwo da würde ich jetzt mal sagen, wäre es eigentlich eine ganz schicke Geschichte, wenn er dreht. Aber er müsste es tun. Jetzt gucken wir mal, dreht er da? Na, also das, was wir da haben, das ist das hier im Fünf-Minuten-Chart. Ne. Ihr erinnert euch? So sieht ein Bullenmarkt aus. Ja, zack. Im Moment also noch nichts zu sehen. Es ist also eine Chance, dass er hier dreht. Aber ich sehe noch nicht, dass er es auch nur ansatzweise hier ansteuert. Spannende Geschichte. Also, der Aktienmarkt tatsächlich in Gefahr. Und da erzähle ich euch jetzt nichts Neues, wenn wir schon von globaler Bewegung reden. Ich habe es eben angedeutet am Anfang. Der DAX hat gesagt, dann tauchen wir auch noch mal ganz tief in die kritische Zone ein. Hat also das letzte Tief hier noch mal durchstoßen nach unten. Und auch hier gibt es im Moment noch wenig Leidenschaft für die bullische Seite. Also, wir müssen damit rechnen, dass der Markt einfach dann noch mal nach unten geht. DAX, okay, feiertagsmäßig vielleicht ein paar Leute weniger dran. Aber ich sage mal so, die komische Stimmung, die wir jetzt in Amerika im Moment haben und auch hier die Carry Trades, dann machen wir uns nichts vor, auch wer jetzt nicht in US-Dollar drin ist, weil es da den höheren Zinssatz gibt, sondern wer vielleicht sagt, naja, aber mit der EZB ging das ja auch. Auch hier hatten wir zwar nicht die 150er-Marke, hier sind die Niveaus anders. Die Japaner haben die 150er-Dollar-Marke da, also Dollar-Yen-Marke im Blick. Aber auch hier gab es den deutlichen Rücksetzer. Und auch hier wird manch ein Aktionär hibbelig sein bei der Geschichte, oh Gott, muss ich jetzt diese Position schließen? Das betrifft wahrscheinlich die wenigsten kleinen Privaten, denn ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt Carry Trades gegenüber dem Yen gemacht haben, vielleicht ein paar schon. Aber die großen Player im Markt, die machen sowas natürlich gerne mal, wenn sie irgendwo völlig kostenfrei sich Geld leihen können, um es woanders schick verzinsen zu lassen. Dann ist das attraktiv. Und wenn dieses Szenario kippt, dann werden sie sagen, na gut, dann halt nicht mehr. Dann lösen wir das Ganze wieder auf. Wenn sie noch genügend Cash dafür haben, alles safe. Wenn nicht, müssen sie Position aufgeben. Und wir wissen, wer hat die Welt mit Liquidität versorgt? Die japanische Notenbank. Die Amerikaner? Nicht mehr. Die FED hat Liquidität eingesammelt. Die EZB hat Liquidität eingesammelt. Die Japaner? Die haben sie noch ausgegeben und quasi kostenfrei der Welt zur Verfügung gestellt. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet aus dem Video. Seht das Ganze als durchaus brisant und gefährlich an. Falls ihr das Video mit Dr. Jörg Rahn und mir noch nicht angeschaut habt, kann ich euch das dringend nochmal empfehlen. Da kommt der ein oder andere Zusammenhang vielleicht auch nochmal zu Tage. Vielleicht hilft euch das, das Verständnis für die Gesamtsituation ein bisschen besser hinzubekommen. Es ist kein Versprechen, dass jetzt die Welt untergeht um Himmels Willen. Das wollen wir ja alle nicht. Aber es besteht die Gefahr und deshalb ist es sinnvoll zu verstehen, okay, worauf muss ich achten, damit ich nicht derjenige bin mit dem langen Gesicht, sondern derjenige, der rechtzeitig dann noch reagiert hat. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.